Moin, ich bin GarMitspieler und ich begrüße euch zu einer neuen Partie Let's Play Schach, also ein neues Video und wir sehen ein Sitzianus Alapin von mir und, oh, ich habe ganz böse Vorahnung, was jetzt kommt. Sieht so aus, als ob ich jetzt gleich die Öffnung kriege, die ich hasse. Ich hoffe mal nicht, aber mal gucken. Also Sitzianus Alapin, Gegner, ziemlich gleich stark. Das G6 macht mir schon Sorgen. Ich hoffe es kommt nicht Springer F6, dann bin ich glücklich, weil Springer F6 ist die Variante, mit der ich noch am meisten Probleme habe. Was kommt? Was kommt? Spannung steigt. Ihr überlegt. Das ist kein gutes Zeichen. Dame D5 wäre Klasse, Springer F6 wäre unangenehm. Weil ich da noch nicht 100% Mittel dagegen habe. Was könnt ihr denn sonst überlegen? Läufer G7? Dame A5? Springer D7? Ja, da würde ich sagen, den fessen wir erstmal an. Den Springer. Den Springer D7 ist definitiv nicht gut. Jetzt gehe ich zurück, kommt wahrscheinlich B5 und dann läufer B3 und dann habe ich einen soliden, gedeckten Bauern da. Glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Ja gut, habe ich wahrscheinlich doch nicht. Aber ich könnte ja... Ne, das ist jetzt Falles Spiel. Wollte ich mit Dame F3 spielen. Andererseits, was spricht gegen Dame F3? Läufer B7, das ist unangenehm. Aber jetzt sehe ich das Problem an seiner Variante. Ich kann jetzt D6 spielen. So diese Idee mit Dame F3 ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Aber es bringt nichts. Aber ich kann ja trotzdem mal Dame F3. Weil jetzt drohe ich den Turm und hier ein kleines Mattturm A7 muss daher kommen. Gut, der geht natürlich auch. Aber was machst du nach D5? Und dann noch Springer C3. Eigentlich stehe ich recht solide jetzt. Bin ich zumindest der Meinung. Ich muss bloß noch die Rochade hinkriegen. Und dann bin ich glücklich. Dann jetzt Springer E2. Und dann kurz Rauch hier hin. Eventuell noch Läufer F4 vorher einstreuen. Er will diesen Bauern da haben. Hm. Dann streuen wir wirklich erstmal Läufer E3 ein. Um den Springer auf B6 wegzukriegen. Gut. Rochade. Also wie gesagt. Es geht jetzt momentan wirklich. Schwarz versucht diesen Bauern zu kriegen. Und ich muss versuchen irgendwie auf dem zu spielen. Aber es klappt nicht wirklich. Weil ich in erster Linie erstmal meinen Bauern verteidigen muss. Ja. Jetzt kommt der Zug. Da habe ich eine Idee. Ich tausse erstmal den Springer ab. Der Dame nimmt wieder. Ich springe A4. Damit deck ich mein B2. Greift gleichlich die Dame an. Ich kann dann mit dem Turm. Der ist zwar mal gedeckt. Das ist kein Problem. Ich kann mit dem Turm die offene Linie setzen. Jetzt will er meinen Springer abtauschen. Muss ich zugeben. Das gefällt mir etwas. Ja gut. Turm D1 ist wohl Pflicht. Das Problem ist, ich verliere jetzt den B-Bauern. Das ist vielleicht ein kleines Problem. Andererseits. Ich habe hier auch gute Potenzial hier noch durchzubringen. Und auf den Bauern zu spielen. Jetzt muss ich erstmal den Läufer schützen. Den schützt er so. Jetzt Läufer C6. Und ich habe einen Freibauern. Okay. Die Frage ist natürlich. Ist dieser Freibauern was wert? Jetzt. Was könnte man spielen? Ich möchte den Springer aktivieren. Den aktiviere ich über C1 nach D3. Dann habe ich hier zwei Angriffsmöglichkeiten. D3. Ich will den Läufer haben. Andererseits ist es vielleicht. Hm. Dame D5. Ah. Jetzt weiß ich was sein Plan ist. Das ist natürlich unangenehm. Ich habe die Idee. Aber sehr gut nachvollziehbar. Springer F4. Ist hier irgendwie ein gemein gefährliches Schach? Nein. Ich kann daher. Hm. Kann ich den Bauern nehmen? Hm. Ich sag mal. Ich kann ihn nicht nehmen. Aber ich nehme erst mal die Dame. Die Dame weg. Dann spiel ich Springer D5. Greif meinen Läufer an. Drohe hier eine Gabel. Die Gabel sieht er nicht. Ja. Blitzfalle. Böse Blitzfalle. Tut mir. Das war ja. Das war schon fast unfair. Jetzt hat. Jetzt stehe ich besser. Auch wenn es ein bisschen sehr glücklich war. Gebe ich ja zu. Aber es war auf jeden Fall. Es war eine sehr interessante Variante. So. Jetzt wollen wir mal mit dem König raus. Nicht, dass ich auf irgendeinen dummen Zufall in einen Mutt reinlaufe. Das muss ja nicht sein. Was haben wir denn hier? Ein Schach bringt glaube ich nichts. Ich glaube mit dem König mal weiter raus. Weil der Turm deckt der D2. Ich laufe. König D3. Ich versuche jetzt hier auf die Randbauern zu kommen. Noch ein Schach. Turm angreifen. Ich versuche mal jetzt Turm D4. Dann kommt Leu... Ja. Dann eben nicht Turm B4. Dann erstmal H3. Der ist gedeckt. Das Basen soll mir mal ein Schach bieten. Vielleicht bringt das was. Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, das hat nichts gebracht. Turm E2. Ich muss meine Türme ja irgendwie aktiviert kriegen. So, F3. Wir sehen hier. Ich habe meine Bauern alle feist gestellt. Er hat zwar zu verringen Läufer. Der Läufer ist dadurch deutlich schwächer. So, jetzt die Idee. Ich muss versuchen die Türme so loszuwerden. Den zwartzen Turm. Dann ist das Spiel ein bisschen leichter. Also deswegen Turm D7. Turm D5. Angriff auf A5. Er muss den Turm nehmen. Da haben wir es so. Und jetzt kann ich in aller Ruhe auf Bauernjagd gehen. Hoffe ich zumindest. So, und jetzt ganz simple Grundlagen-Endspiel. Freibauern schaffen. Das heißt, ich nehme jetzt den B-Bauern. Egal was... Ich dachte, es hat mich verklickt. Egal was Schwarz macht. Ich nehme jetzt den Bauern. Und er kann den Turm nicht wieder nehmen, weil er dann die Partie verliert. Und er nimmt ihn trotzdem. Oh, meine Zeit. Sag mir doch einer, dass meine Zeit wieder weg ist. Ah, die Zeit. Ja, gut. Die Partie habe ich leider nach Zeit verloren. Auch wenn die Partie... Oh, Sade. Dame. Ja, gut. Vielleicht habe ich noch eine Chance. Irgendwie. Was noch? So. Ah, na gut. Glückwunsch! Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Euer Gambit-Spieler. Oh, das ist mit mir.